Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es für mich mal um diese Glühlampe hier. Los geht's! Ja, diese Glühlampe sieht erstmal sehr, sehr unscheinbar aus. Eine 40 Watt sogenannte Windstoßlampe. Ja, so sieht die aus. Hier ist sie auch drinnen. Ja, und wie man auch schon am Titel gesehen hat, unkaputtbare Glühlampe hält diese Lampe sehr lange, muss man sagen, zumindest in diesem Fall. Aber da werde ich später noch drauf eingehen. Ja, eine normale 40 Watt Lampe, die ich gleich auch nochmal genauer zeige, hier in dieser Verpackung. Die kommt aus diesem Euroshop, der auch gar nicht mal hochwertig ist. Und wo jetzt alles 1,10 Euro statt 1 Euro kostet. Ja, hier, das ist die Verpackung. Sieht auch relativ unscheinbar aus. Diese Lampe gibt es dort nicht mehr. Ja, ich habe mal schon vor einer halben Ewigkeit Ersatz besorgt, in Form von einer goldfarbenen Tropfenlampe, weil diese hier ist nämlich auch eingefärbt. Natürlich fürchterlich ineffizient. Keine LED und keine Energiesparlampe. Das ist ja klar. E14 Sockel. Ja, wie es halt jeder kennt. 40 Watt E14. Ja, das ist diese Lampe. Hier steht drauf, kann man jetzt schwer lesen, um dieses Glühlampenverbot zu umgehen. Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Dekorationszwecke. Also ich habe immer dieses Gesetz durchgelesen. Da steht nichts von spezialen Dekorationslampen. Also ich denke, die kontrollieren das einfach nicht mit dem Glühlampenverbot, weil die wurde, das ist eindeutig kein Restposten, sonst würde da auch nicht draufstehen. Nicht für Allgemeingebrauch. Ich weiß nur noch nicht, ab wann es Dekorationszwecke sind und ab wann nicht mehr. Also das hier ist auch sehr unklar. Und man sieht ja auch, diese Lampe wurde nach 2013 produziert. Dann sonst hätten wir hier das andere Energielabel, wo wir keine Plus hätten, sondern irgendwie A bis G oder irgend so was zumindest. A ohne Plus hätten wir da bei dem älteren Label vor 2013. Zumindest diese Lampe wurde lange nach dem Verbot von 40 Watt Lampen produziert. Zumindest die kann man ja auch immer noch ohne Probleme kaufen, diese Lampen. Häufig auch als bruchfeste Speziallampe, die nicht verboten sind als Ampellampe oder auch als Dekorationslampe. Ja, so ein Zeug ist das. Ja, und ich habe hier auch noch ein unverwendetes Exemplar da. Ja, diese Lampe hier, die ist unverwendet. Dieselbe ist da drin. Und zwar hält diese Lampe wirklich schon ewig. Ich würde sagen, die wurde gekauft Anfang 2018, so grob geschätzt. Ich kann es nicht genau sagen. Zumindest ist das Ganze sehr alt. Und das Besondere daran ist, dass diese Lampe wirklich seit 2018, Anfang 2018 wirklich extrem viel brennt. Also die brennt im Winter teils den ganzen Tag durch, muss man sagen. Wie viele Stunden sind das? Ich zähle mal. Ja, dann geht es dann, wenn die tagsüber mal vergessen wird, so gegen 16 Stunden. Also wirklich unglaublich. Im Winter ist das auch häufiger mal der Fall, wenn es dann draußen so schummerig ist. Dann ist das ja mal so, dass man so eine 40 Watt Lampe nicht ausschaltet. Und das ist jetzt auch, das ist meistens auch wirklich meine einzige Zimmerbeleuchtung abends. Mich stört das nicht. Obwohl das Zimmer relativ groß ist, reichen mir hier die 40 Watt aus. Da habe ich dann lieber diese ineffiziente Lampe und dafür relativ dunkel. Denn die macht wenigstens ein ordentliches, flimmerfreies Licht. Und hat auch entgegen aller Angaben jetzt schon, ich würde sagen, zwei LED-Lampen in der Zeit, die anderswo kaputt gegangen sind und fast weniger gebrannt haben, überlebt. Also wirklich sehr, sehr erstaunlich. Diese Lampen sind ja immer angegeben mit 1000 Stunden. Wobei ich glaube, hier steht gar nichts drauf. Ich gucke noch mal. Ich glaube, hier steht tatsächlich keine Lebensdauer drauf. Ne, da steht die Spannung drauf. Glühlampe, ja, ne, Lebensdauer steht nicht drauf. Aber in der Regel sind die mit 1000 Stunden angegeben. Wobei der Vor in den 30er, 40er Jahren war, bevor es dieses Glühlampenkartell gab, was dann später abgeschafft wurde, gab es durchaus Glühlampen mit einer Lebensdauer von 6000, 7000 Stunden. Aber die wurde von den Herstellern reduziert. Die haben sich auch abgesprochen, wer in welchem Gebiet seine Lampen verkaufen darf. Und eben auch, dass die Lampen keine höhere Lebensdauer als 1000 Stunden haben dürfen. Und dieses Kartell wurde dann später aufgedeckt und abgeschafft. Doch es ist komischerweise immer so lange, wie die Glühlampe präsent war. Also das ist sie ja jetzt nicht mehr so unbedingt. Sie gibt zwar noch zu kaufen, aber die meisten verwenden sie nicht mehr. Es ist immer bei diesen 1000 Stunden geblieben. Was ich doch sehr komisch finde, weil man vorher ja deutlich längere Lebensdauern hatte. Wobei sind die Lampen dadurch natürlich auch günstiger geworden. Ja, ich weiß nicht. Zumindest diese Lampe hat diese 1000 Stunden auf jeden Fall mehrfach überlebt. Auch im Sommer ist sie kein Tag außer die eine Woche im Urlaub ist sie kein Tag aus. Da ist sie auch zwei, drei Stunden jeden Tag an. Also da sind wir wirklich schon, geht es gegen die 5000, 6000 Stunden, die diese Lampe hier drin gehalten hat. Das hier ist quasi mein Museumsstück. Die werde ich auch nicht mehr verwenden. Da habe ich mir ja schon Ersatz besorgt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich zeige die nochmal genauer. Die hat einen recht langen Glühfaden. Ja, hier sieht man die Lampe ganz gut. Die ist auch ähnlich wie auf der Abbildung. Hat wie gesagt damals 1 Euro gekostet. Die gab es auch noch eine kurze Zeit danach, aber nicht viel länger. Ja, so sieht das Ganze aus. Was ich noch dazu sagen muss, diese Lampe, die hier jetzt drin ist. Einmal hat sich der Glühfaden, das war Anfang dieses Jahres, Januar diesen Jahres, hat sich hier unten der Glühfaden von den Halterungen abgelöst. Da dachte ich natürlich, die Lampe ist kaputt. Hat auch nicht mehr gebrannt. Aber dann habe ich das durch geschicktes Schütteln der Lampe da wieder ranbekommen. Und seitdem hat diese Lampe tatsächlich durchgehalten. Also jetzt ist es auch wieder stabil. Am Anfang ist das natürlich ständig wieder abgegangen, aber es hat sich irgendwie wieder durch die Spannung und durch den Strom ran geschweißt. Also ich denke da nicht, dass da Wolfram geschmolzen ist, weil Wolfram ist ja das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt mit 3000 noch was gerade. Also das glaube ich nicht. Aber es kann sich ja trotzdem hier ran schweißen. Ja, diese Lampe ist intakt. Das ist dazwischen eingeklemmt. Diese Einklemmung, da ist wohl der Faden da unten durchgebrannt oder es ist da rausgerutscht. Das weiß ich nicht. Bei der Lampe, die da jetzt brennt, ist es nicht mehr eingeklemmt, sondern bloß noch ran geschweißt. Und das geht auch ohne Probleme. Was man sonst noch sieht, ist, dass dieser Glaskolben hier eingefärbt ist so ein bisschen. Ja, das Ganze ist ein bisschen auf Retro gemacht, sage ich mal. Da steht da ja auch drauf. Immer diese Werbenamen. Retro, Glühlampe, Lightbulb. Ja, na gut. Ja, der Faden ist sehr lang und auch dieses Glasgestell da drin. Ja, das Ganze sieht relativ gut aus für so eine billige Lampe. Die Lampe, die hier jetzt drin ist, die hat sich natürlich auch schon ein bisschen durch das abgebrannte Wolframoxid schwarz gefärbt. Also noch ein bisschen mehr als die neue, noch ein bisschen mehr als die Deko-Beschichtung hat sich die Lampe ein bisschen schwarz gefärbt. Das macht sie aber nicht deutlich dunkler. Ich habe sie einmal probeweise durch die neue ausgetauscht. Deutlich dunkler ist sie nicht. Ja, man sieht hier jetzt auch oben diesen Windstoß rausgucken. Das ist natürlich extrem bruchempfindlich. Und was hier auch noch sehr besonders ist, ist, dass diese Lampe sehr, sehr lange nachglüht. Ich schalte die jetzt mal ab. Ja, ein sehr langes Nachglühen, wie man gesehen hat. Und sie brauchen eine ganz kurze Weile im Vergleich zu anderen 40 Watt Birnen, um anzugehen. Also wirklich sehr interessant. Das war mal eine Glühlampe mit einer Brenndauer von 5000 Stunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!